Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei M&H Creators. Falls ihr so ein Mikrofon habt oder irgendein anderes XLA- oder USB-Mikrofon und das Ganze an eurem Computer anschließen wollt und das dann in OBS aufnehmen wollt, habt ihr vermutlich ein Problem. Das Ganze wird dann nämlich ungefähr so klingen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei M&H Creators. Ihr habt gesehen, egal wie laut ich in dieses Mikrofon gerade reingeschrien habe, ihr habt nur so ein leichtes Krummeln gehört und da könnte man ja auf die Idee kommen, das Mikrofon ist kaputt oder das Interface ist kaputt, aber euer Mikrofon ist im Normalfall gar nicht kaputt, bevor ihr da jetzt Angst kriegt. Ihr müsst in OBS nur eine kleine Sache umstellen, das zeige ich euch direkt nach dem Intro. Das ist ziemlich einfach, wenn man weiß, wie es geht, aber ziemlich schwierig, wenn man eben nicht weiß, was der Fehler ist. Deswegen möchte ich euch heute einfach erklären, wie ihr eben Mikrofone in OBS einbindet, falls ihr eben nur so ein Krummeln hört. Also los geht's. Herzlich willkommen zurück. Zuallererst mal, wie schließt ihr überhaupt so ein XLA-Mikrofon an eurem Computer an? Zu diesem Mikrofon spezifisch habe ich mal ein Video gemacht. Das Video findet ihr hier oben bei der Infokarte. Aber so ein XLA-Mikrofon kann man grundsätzlich mal auf zwei Arten an einen Computer anschließen. Es gibt XLA-Mikrofone, die könnt ihr nur über einen kleinen Adapter anschließen, also über ein Adapterkabel. Aber bei so einem XLA-Mikrofon wie diesem hier, braucht ihr dann schon so ein kleines Interface-Gerät. Und so ein Interface pegelt an euer Audio und wandelt das um und so weiter. Wenn ihr ein USB-Mikrofon habt, ist das Ganze noch einfacher. Steckt das einfach per USB an euren Computer an und dann ist euer Audio auch schon mal im Computer. Soweit die Hardware-Seite, aber Software-seitig ist die ganze Sache tatsächlich doch nicht ganz so einfach. Und dazu zeige ich euch jetzt einfach mal meinen OBS. Und jetzt lasst euch bitte nicht dadurch verwirren, dass die Kamera immer und immer wieder gezeigt wird. Ich nehme ja auch gleichzeitig den OBS auf. Und hier könnt ihr jetzt sehen, hier habe ich einmal meine Quellen. Und hier seht ihr, ich habe hier ein Audio-Aufnahmegerät. Das ist jetzt in diesem Fall mein Mikrofon bzw. mein Interface. Und wenn ihr das Ganze hier dem Audio-Wegsel mal anschaut, seht ihr, dass hier zwei Streifen immer wieder nach oben ausschlagen. Und zwar genau dann, wenn ich spreche. Aber wenn das bei euch so aussieht, also dass nur einer der beiden Streifen immer wieder hoch ausschlägt, wenn ihr sprecht, dann ist das wahrscheinlich das Problem, was ihr habt, dass das eben nur so klingt, wie es klingt. Und wenn ihr das beheben wollt, das ist ziemlich einfach. Ihr müsst einmal hier einfach in den Audio-Mixer klicken, hier auf das kleine Zahnrad. Erweiterte Audio-Eigenschaften. Hier könnt ihr auch einstellen, ob das Monitoring an oder aus sein soll. Aber das ist jetzt nicht wichtig für uns. Was wir machen müssen, ist einmal hier bei unserem Mikrofon eben diesen Haken bei Mono auf anzusetzen. Denn wenn dieser Haken bei Mono nicht auf an ist und euer Interface oder Mikrofon ist nur ein Mono-Interface oder Mikrofon, dann habt ihr eben das Problem, dass das Ganze hier als Stereo erkannt wird und dann den Ton eben so komisch wiedergibt. Hier drin könnt ihr auch noch mal einige andere Sachen einstellen. Beispielsweise, ob das Mikrofon mehr rechts oder links sein soll. Keine Ahnung, wozu man das braucht. Oder hier eben, das ist glaube ich noch ziemlich wichtig, oder hier eben, ob das Monitoring an oder aus sein soll. Ich stelle mal ganz kurz das Monitoring an und dann hört ihr hier die... Dann hört ihr hier, das sollte leicht... Dann hört ihr hier, dass es so leicht von meinem Computer her halt und dann kann man gar nicht mehr sprechen. Das sollten wir jetzt hier ausschalten. Hiermit solltet ihr euch grundsätzlich noch mal beschäftigen. Könnt ihr euch alles mal anschauen, aber das ist jetzt erstmal genug davon. Und ich glaube, wenn ihr das jetzt ausprobiert, ihr habt eben den Haken jetzt hier bei Mono gesetzt. Und wenn ihr das jetzt ausprobiert, solltet ihr eigentlich auch schon euer Audio hier in OBS haben. Ansonsten hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt einen Kommentar schreiben, auch falls es bei euch nicht geklappt hat. Dann helfen wir euch dort natürlich gerne weiter. Und ansonsten könnt ihr noch gerne auf eines der anderen Videos hier klicken. Einmal geht es hier zum Kanal der Tech Brothers. Ist ein cooler YouTube-Kanal. Könnt ihr den Kanal auf jeden Fall gerne mal abonnieren. Oder zumindest da vorbeischauen. Hier geht es um mein Mikrofon. Da habe ich euch alles erklärt, was ihr zu diesem Mikrofon hier wissen möchtet. Dem Schur SM7B. Hier habe ich euch gezeigt, was die 10 häufigsten Straftaten in Deutschland sind. Und hier könnt ihr noch mal unseren Kanal abonnieren. Ansonsten war es das schon mit diesem Video. Bis dahin. Tschüss. Musik 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 Musik